Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Heute möchte ich zeigen, wie man mit GIMP 2.9 in händischer Form einen Oktav-Sharpening-Filter erstellen kann oder Oktav-Schärfung vornehmen kann. Inspiriert dazu hat mich ein Tutorial von MeTheGIMP von 2007, das noch mit GIMP 2.6 gemacht worden ist. Ich gebe in die Beschreibung des Videos natürlich wie immer erst einmal logischerweise den Link zu dem Foto, das ihr hier seht, dazu. Und dann natürlich nochmal den Link zu der Webseite von MeTheGIMP und dort findet ihr dann natürlich auch hinter dem Link dieses Tutorial, was er mit GIMP 2.6 gemacht hat. Okay, er beschreibt es da, dass er also auf 50% das einstellen muss, weil das immer so ist. Er weiß zwar nicht genau warum, also in der Größe und so weiter und wir machen das dann auch. Und ich habe das Bild hier in Originalgröße gelassen. Ich zeige das mal, Bild skalieren und wir haben hier ein 4.928 mal 3.000 irgendwas und das lassen wir dann auch so. Also, er macht es so, wir stellen es hier auf 50% und natürlich ist dann natürlich meine, wie sagt man, meine Vorgehensweise im Schärfungsprozess ein bisschen anders, als durch das, dass die Filter eben sich weiterentwickelt haben. Gut, wir haben jetzt hier die Original-Ebene, jetzt werden wir das 1 einmal duplizieren, das schalte ich aus und jetzt 1, 2, 3. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Ebenen. Ich werde diese Ebene hier als 1 bezeichnen, diese Ebene als 2, so wie er es auch gemacht hat, die Ebene auf 3 und die letzte Ebene 4. So, und wir beginnen mit der Schärfung der unteren Ebene. Vielleicht mache ich das nochmal so und dupliziere das mal. So soll es aussehen. Und wenn ich jetzt hier die Umschalttaste festhalte und hier auf das Auge klicke, dann schalten sich alle anderen Ebenen aus und wir beginnen jetzt hier standardmäßig mit der Schärfung oder mit dem Schärfungsprozess. Und bei der ersten Ebene gehen wir hin, rufen Filter, verbessern und scharf maskieren auf, machen hier bei der Skalierung einen Wert von 5,000 und beginnen hier bei der Menge oder bei dem Wert mit einem Wert von 0,500 in der Schärfung und bestätigen mit OK. Nun werden wir die zweite Ebene nehmen, rufen Filter und scharf maskieren erneut auf. Jetzt nehmen wir einen Wert von 1 und immer hier bei der Skalierung bleibt der Wert von 5 stehen. Und der Rechner heult schon wieder, sehe ich gerade oder höre ich gerade. Bei der dritten Ebene nehmen wir Filter und scharf maskieren einen Wert von der Menge bei 2, also bei der Menge einen Wert von 2. Und wir nehmen ganz oben hier zum Schluss bei der vierten Ebene einen Wert von Unscharf maskieren und wieder anzeigen von 4. Und natürlich ist es jetzt in jeder Ebene stärker geschärft und natürlich auch überschärft und deshalb fangen wir jetzt an mit der Ebenen Deckkraft zu arbeiten. Ebenen Deckkraft bedeutet, dass wir jetzt hier hingehen und gehen bei der vierten Ebene, also das wäre dann die erste Ebene von oben, auf eine Deckkraft von 12,5. Bei der dritten Ebene, das wäre dann die zweite Ebene von oben, auf eine Deckkraft von 25 und bei der zweiten Ebene von oben, auf eine Deckkraft von 50%. Und das wäre dieser sogenannte Oktav-Sharpening-Filter oder die Vorgehensweise dazu. Rechte Maustaste, sichtbare Ebenen vereinen oder warte mal, ich nehme die hier noch dazu, sichtbare Ebenen vereinen. Und jetzt können wir folgendes machen, wem das zu scharf ist, der kann natürlich hier logischerweise über die Ebenen Deckkraft das machen. Ihr seht wie schön die Schärfung hier vonstatten gegangen ist. Wir können jetzt folgendes machen, wir können zum Beispiel über Filter, eben weil ein bisschen vielleicht Rausch dazugekommen sein könnte, auf Rauschreduktion gehen und bei diesem großen Bild vielleicht mit der Stärke von 4. Hier, ja, und machen wir das mal und dann schauen wir uns das nochmal an. So, dauert ein bisschen bis die einzelnen Pixels hier berechnet sind zum Endrauschen. Und ja, dann sieht man hier wunderbar diese Schärfung. Ihr seht es hier an der Pupille insbesondere und natürlich auch hier in den Bereichen. Das ist diese Oktav-Schärfung oder Oktav-Sharpening. Ich gehe mal zurück hier auf 18,2 oder auf 25% und hier können wir das deutlich sehen, wie schön hier das Auge. Und so geht es natürlich mit jedem anderen Foto auch. Und natürlich über G-Mig Details, Oktav-Sharpening, da habt ihr diesen Filter. Und dann müsst ihr das nicht händisch machen, aber es geht halt auch mit GIMP. Okay, herzlichen Dank fürs Schauen, ja. Und gleich kommt mal ein Abspann für die neuen Menschen, die hergefunden haben. Ja, da kommt mal ein Kanalsymbol, wenn ihr da drauf klickt, habt ihr den Kanal abonniert. Und herzlichen Dank dafür, dass alle Abonnentinnen und Abonnenten da sind und auch da bleiben. Und vielen Dank für eure Kommentare und eure Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.